Heyo, ist es schlecht, dass die Banu Merchantman jetzt nochmal knappe 100 Dollar teurer geworden ist? Ursprünglicher Pledge Price war 185 Dollar, glaube ich, jetzt sind wir bei 600 Dollar. Ja, Inflation, ja, über die Jahre immer mal Preisanstieg, ja, Alien-Tags, also wenn man so möchte, die Alien-Gebühr, die wir immer zahlen müssen, nochmal extra obendrauf auf Alien-Schiffe, die sind ja generell einfach ein bisschen teurer. Es hat jetzt keinen speziellen Grund, die Schiffe sind jetzt selten besser als ihre Nicht-Alien-Counterparts, es ist einfach nur, weil die exotisch sind und ein bisschen selten gehalten werden sollen, irgendwas in der Richtung. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr auf das, auf den Store eingehen, auf die Sales, die CIG macht und so weiter. Ich finde, das sind manchmal nette Events, manchmal auch nicht so nette Events, aber es ist ein Sale, ja, es ist was, wo ich gerne mal auf die Website gehe, schaue, was gibt es Neues. In letzter Zeit gibt es ja nicht so viel andauernd neue Schiffe und so weiter, aber es gibt neue Paints, jetzt ist es aktuell ja zum Beispiel der Harmony Paint, der auch ziemlich cool aussieht und ich will mir den auch auf der Nox mal angucken, wie der aussieht und so weiter. Das ist ja eine schöne Sache. Aber das, was jetzt passiert ist mit der Banu Merchantman, ist was, was auch vorher schon ziemlich oft passiert ist mit verschiedenen Schiffen und das ist nicht nur auf die Alien-Schiffe bezogen. Und zwar folgendes, und das ist der Part, wo ich am ehesten Probleme damit, glaube ich, sehe, es ist nichts passiert mit dem Schiff. Es befindet sich in Entwicklung. Wir sind gehypt. Das ist passiert. Aber wir haben das Schiff nicht bekommen. Es ist gerade nicht im PTU, es kommt vielleicht Ende des Jahres oder so. Das ist auch in den letzten paar Monaten nicht nochmal größer oder kleiner oder irgendwas geworden. Sie haben halt weiter daran gearbeitet. Aber an sich gibt es nichts, was diese Preiserhöhung rechtfertigt. Alle anderen Alien-Konzept-Schiffe sind ja nicht im Preis hochgegangen, wie die Santokyai oder die Gartag. Oh Mann, ich hoffe, ich sage das alles richtig. Die Schiffe, die anderen Schiffe, der Schan. Ja, das weiß ich noch. Das heißt nicht Schian, man kann das auch so sagen, aber offizielle Aussprache ist Schan oder sowas in der Richtung. Okay, ja, zitiert mich da bitte nicht. Ja, dementsprechend, ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher, was das alles angeht. Und ich bin immer auch gespannt auf eure Meinung zu dem ganzen Kram. Aber das ist halt immer so. Ja, klar wird der Preis teurer, wenn sie rauskommt. Aber wird er dann jetzt nochmal teurer, wenn sie rauskommt? Es wirft halt leider ein schlechtes Licht immer aufs Star Citizen und sowas. Wobei ich glaube, denen fällt das einfach gar nicht auf. Hätte ich mir dazu jetzt nicht nochmal ein Video von jemand anders angeguckt, wenn wir vermuten, da hätte ich die Zahlen zum Beispiel auch gar nicht im Kopf gehabt mehr. Man sieht halt, man weiß halt bei vielen Schiffen einfach, oh ja, hoher Preis oder so. Ich weiß bei manchen der Schiffe, die ich gekauft habe, nicht mal mehr, zu welchem Punkt des Preisanstiegs ich die geholt habe. Man weiß halt immer nur eins, sie werden nicht günstiger. Sie werden im Store immer nur teurer. Und deswegen denken viele Leute einfach auch, ja, das ist ein gutes Investment. Oder die bauen ihren Graumarkthandel quasi darum auf. Oder denken, ja, ich spare ja dadurch. Nein, man spart nicht dadurch, dass man die Schiffe früher kauft. Man gibt das Geld ja so oder so dann aus in dem Moment. Deswegen seid da immer ein bisschen vorsichtig. Sind die meisten von euch aber, glaube ich, eh. Und passt einfach auf, dass ihr da nicht in irgendein Loch reingeratet und Geld ausgebt für ein Alien-Schiff, das ihr vielleicht gar nicht braucht. Und jetzt kommt's, dass ihr vielleicht dann auch einfach ingame euch holen könnt. Ich mach's so und die meisten von euch machen das, glaube ich, auch so. Ihr holt euch die Schiffe, auf die ihr halt richtig Bock habt, mit denen ihr am meisten spielen wollt. Und das sind dann eure Go-To-Schiffe. Und mit denen habt ihr dann einfach Spaß jetzt schon im Wörs, wenn sie schon draußen sind. Oder halt mit den Platzhalterschiffen davon. Und verdient euch den Rest ingame. Ich glaube, so machen's die meisten. Und das ist einfach auch gesund, ob das Go-To-Schiff dann eine Aurora ist oder eine Constellation. Ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn man auch mal mehr Geld für ein Spiel ausgibt. Vor allen Dingen, wenn's einem so viel Entertainment bietet wie Star Citizen. Es ist noch nicht fertig, aber die Entwicklung macht mir Spaß. Und ich hab sehr viel Spaß mit euch als Community. Von daher, das sind so meine zwei Cent hier zu diesem Thema. Es war jetzt auch kein großer Aufruhr oder so, der da drum entstanden ist. Aber ich wollte's irgendwie ansprechen, spontan. Und hab das jetzt an der Stelle getan. Also, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Hinterlasst mir gerne ein Like und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Werdet auch gerne mein Patreon. Und falls ihr für die Opfer der Ukraine-Krise ein wenig spenden wollt, dann ist dafür auch wieder der Spenden-Link unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall. Bis bald.